ja hallo und herzlich willkommen bei alexanderlp info video zur live stream am 22 dezember wir starten um 15 uhr 40 und die uhrzeit stimmt nicht weil ich hier um 15 42 habe also dass ihr da bescheid wisst dass um 15 und 42 losgeht ich kann das auch praktisch hier ändern hier 14 und genau der hat immer so komische zeit mehr immer hier stehen naja egal dass ihr bescheid wisst um 15 uhr 42 ist vor zwei tagen heiliger abend und dann könnt ihr dann am 22 dezember 2021 letzte mal den live stream von mir sehen und dann ja gehen wir in den winterpause erstmal und ab nächstes jahr es gibt weiter so noch eigensachen ich werde ein bisschen weniger videos jetzt dies jahr machen nehmen euch einfach den kanal so machen wie ihr das immer macht wenn euch das video gefallen hat ein daumen nach oben schreibt auch einen kommentar und dies nicht besucht mich bei facebook fanpage lasst auch ein abonniere ich habe dann tschüss